Ich bin so glücklich, dass wir uns gefunden haben. Das geht mir ganz genauso. Du bist der tollste Mann auf der ganzen Welt. Unser Vermieter sind tot. Das ist schrecklich. Mietervertrag, Tönigung. Hier, unterschrieben von Lea Silbermann. Das ist Davids Mutter. Kannst du mir das erklären? Wieso hängt dieser arabische Mist hier an den Wänden? Der einzige Sohn, ein Feigele und danach noch mit einem Araber. David, ich liebe ihn und daran wirst du auch nichts ändern. Wann präsentierst du endlich deinem Vater eine Frau? Es wird langsam Zeit. Khaled, willst du mich heiraten? Khaled? Baba, was ist das für ein komischer Anzug? Der sieht schwul aus. War einfach nicht der richtige Moment. Hallo, David. Das ist Sarah, wie kennt das Baby? Ich will das Baby zur Adoption freigeben. Du bist der Vater, David. Was? Wir kriegen das alles hin. Was mischst du dich hier einfach ungefragt in meine Angelegenheiten ein? Vielleicht bist du ja gar nicht schwul. Khaled. Arschloch! Alkohol! Mama! Das Ergebnis ist eindeutig. Du bist der Vater. Der Arsch hat mich betrogen. Du hast dir doch immer ein Kind gewünscht. Ich will kein Kind. Wenn ich mich nicht oute, gib David das Baby weg. Sarah ist eine Jüdin, das ist Schicksal. Nee, das ist einfach nur dumm gelaufen. Außerdem muss ich mich um die Galerie kümmern. Der Penner, der oben auf dem Dachboden rumlungert, der nutzt dich doch nur aus. Also bei mir ist die Liebe ein bisschen anders. Da geht es jetzt nicht um Schiiten oder Sunniten. Ich habe kein Problem damit. Mein Sohn wird Vater. Was hat er gesagt? Der Port hat ein bisschen Zeit, um es zu verdauen. Glückwunsch zum Outing. Danke. Du bist ein elender Lügner. Du hast es ihm nicht gesagt. Das ist ein Missverständnis, wirklich. Den brauche ich nicht mehr. Du wirst sehen, ohne den Araber wirst du besser machen. Kannst du bitte einfach mal die Klappe halten? Das ist ein Missverständnis, wirklich.